moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile 21 video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit abend startzeit freunde ja heute ist noch mal wild zum abschluss des landes end events weil heute kommt das retro start event raus ich noch über richtig gehypt und ja zum abschied öffnen wir heute noch mal freunde es wird zurück ich habe euch ja auch schon besser in dem video gezeigt was wir als öffnen werden bei der welt verpasst hat link unter der beschreibung ich sage nur mosaik und ich sage nur musik 37 37 37 pecs freundet also das machen wir gleich da gehen wir gleich richtig rein vorerst machen wir erstmal hier meister boni ich habe ja hier noch 5.900 punkte ich würde sagen die gebe ich einfach aus und was ist hier am legenden boni das kann ich eigentlich noch so bekommen von 2 3 4 ok ich mache lieber meister boni ich mache lieber meister boni komme ich halt ein bisschen weiter genau nehme ich aber noch ein paar bonis mit machen wir das einfach mal so zack zack skill boost auch immer sehr sehr wichtig aber freunde gleich einfach nur die mosaik pack 37 stück alter freunde zu bild es ist wirklich zu bild wir werden so auch gleich die band icon abholen auch eine sehr sehr wilde angelegenheit genau kommt hier noch mal xp zack zack jawohl jetzt haben wir auch nach katar let's go holen uns gleich ab 750.000 münzen schmecken auch auf jeden fall schmecken auf jeden fall auch und die seltene splitter schmecken auch bei diesen sehr sehr wichtig habe ich jetzt 125 ok das ist gut die können wir nicht mehr holen aber dann machen wir einfach mal hier jetzt weiter mein freund ich will ja keine unnötigen punkte hier rumliegen lassen das wollen wir ja netten also 500 kill boost let's go und hier noch mal die häufigen punkte let's go sehr sehr nice das haben wir hier auch wieder 710 punkte ok auch mal irgendwann ausgeben so das war es jetzt können wir mehr nicht mehr ausgeben ist aber nicht schlimm weil ich habe ja mein davis bekommen aber freundlich auf jeden fall noch mal jetzt die event icon nakata freunde mich noch einfach fast 9.000 punkte für roberto carlos bild auf jeden fall aber nicht wo ich bin ich freunde wir holen es ist mir nicht ihr werdet eigentlich nach katar freunde let's go ich habe drauf gedrückt und um junge nach katar ist am start die nächste event eigentlich auf 100 ja da kann das ist schon leicht aus ich werde natürlich nicht spielen kann man meinen sind sie dann aber halten zu mitnehmen macht einfach so zu mitnehmen macht man einmal gerne und ja von jetzt kommen wir hier zu diesem teil 37 text werde jetzt heraus und freunde normalerweise mache ich das ja immer in streams aber ja ich hatte halt wenig zeit in den letzten tagen deshalb mache ich das einfach hier let's go es ist dann garantiert der spieler 93 ok ist okay freunde weil ich weiß sowieso wir haben 37 packs wir öffnen wir kriegen da den ein oder anderen hundert plus spieler von daher freunde alles gut alles gut hier alles gut jetzt wo nächstes pack nächstes pack und da kommt der 98 ok jetzt haben wir ok 2 noch kein 100 plus freunde werden kommen glaubt mir die werden kommen die werden kommen bei 37 packs freunde da muss was kommen ich ziehe die münzen ich ziehe münzen warum sich jetzt münzen ja ja hallo gibt mir doch mal spieler gibt mir doch mal die spieler kommen jetzt aber jetzt aber 95 ok die schlechteren sind jetzt schon etwas weg aber wir haben wir haben ja noch barbecks wir haben wir noch barbecks vor uns da kommt der erste 100er durate ok oscar durate sehr interessant wir machen weiter wir machen weiter und höre nicht auf nächstes pack nächster 100 spieler fred fred ist am start 103 fred moin meister sehr nice der fredi media ist am start ja jetzt jetzt wird ihr warm jetzt sind sie warm jetzt können sie mir jetzt können sie mir kommen xp hätte ich bloß nichts gesagt hätte ich bloß nichts gesagt wir machen weiter let's go komm 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 xp hallo was macht ihr okay garantiert ist weg warum was dann garantiert bekommen ich bin gespannt let's go komm komm was können sie mir 102 jahren maripan 102 maripan ok jetzt haben wir noch dicki gonzalez und quadratularien die müssen noch weg und dann son mandy wäre auf der fall eine wilde angelegenheit wenn wir son und mandy bekommen würden jawohl gonzalez ist auch weg sehr sehr wichtig wichtig und richtig jetzt am besten wirklichen dicke von ziel mir dicke bitte dicke bitte dicke bitte dicke nein xp jetzt nicht mehr kommen jetzt aber hier kommt könnte gönnt 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 wie xp wie auch den schlechtesten freunde ich will ihn doch hier gibt ihm jedoch gibt ihn wieder auf kopf land münzen 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 ok jetzt läufts kann nicht mehr wollen jetzt läufts grad irgendwie nicht mehr kommen schon die nein man gibt und bin ich immer xp manometer kommt schon könnte das noch einmal könnte doch jetzt noch einmal komm schon komm schon jawohl da ist ja doch dicke ist am weg ist am start und ist auch weg wichtig so jetzt ziehen wir im quadrat oder darin vor dem garantierten wir auf jeden Fall sehr nice kommen 500.000 münchen ja ist okay aber noch mal ein wegziehen noch mal ein wegziehen von den beiden kommt schon komm schon komm schon komm schon komm schon skill boost jetzt haben wir das garantierte quadrat oder larien einer von beiden ist es denke ich mal let's go und es wird quadrat okay wir ziehen ruhen quadrat also den besseren okay weil wir machen weiter wir machen weiter hier im geschäft komm 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 500.000 ja immerhin 500.000 nicht 300.000 kommen können können bitte larien komm komm schon larien dann kriegen wir mindestens garantiert und man die komm schon ihr bitte 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 schon wieder münzen mann komm schon ihr gönnt mir doch larien gönnt mir doch den larien komm schon komm schon komm schon komm schon ach das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht das gibt es doch nicht die gönnen wir nicht lagen die gönnen wir nicht lagen kriegt bestimmt garantierten jetzt in larien oder sie können wir uns dann oder wenn die kann ja auch sein kann ja aus einer weiß er nicht komm schon es gibt es noch nicht kommen wir machen das schnell münzen ja war klar ich ziehe sowieso jetzt kein spiel auf meine aber ist ein schnell durchlaufen ola rin freunde wichtig und richtig larien meister jawohl das heißt wir kriegen jetzt im garantierten son oder man die freunde let's go wie kriegen wir gucken wir bekommen mal gucken wie wir bekommen wenn die sonne wenn die man die okay okay aber freunde ist nicht schlimm weil wir kriegen jetzt auch automatisch von alter was ist das hier was ist das hier vorher let's go so will dies kippen ist einfach hier durchkommen sagt sagt einfach hier durch geben bar barbara 300.000 münzen jawohl sehr schön son kommen meine arme so kommen meine arme jawohl und menschen kommt sowas und mein also kommt nicht in meinen team sind und werde ich so verkaufen so ein ding ist das komm heimingson der kommt jetzt zu mir der heimingson der kommt jetzt zu mir yeah komm let's go let's go let's go und wir ziehen xp ja wir werden jetzt sowieso nicht von ziehen sondern im letzten garantierten werden wir von ziehen jawohl jetzt haben wir auch das garantierte pack am start freunde gleichzeitig auch heimingson freunde ich drücke drauf let's go heimingson bruder komm in meine arme boom junge heimingson 108 ist am start alter 108 einfach 108 heimingson zu mit freunde und ja ein weg öffnen wir noch ab und ich hoffe wir kriegen münzen und wir kriegen 500.000 münzen ist okay danke hier war auf jeden fall eine freude hier mit dem musa xp natürlich noch in dem meilenstein was öffnen habt ihr gerade gesehen habe ich auch was das eine oder andere bekommen dass wir uns auch noch mal ab freunde auf über eine wilde angelegenheit war das son und wenn die bekommen wichtig und richtig so habe ich mir vorgestellt genau also salar werden wir nicht bekommen ist halt so aber gut was wir machen was wir machen wir kriegen hier noch mal die kollegen let's go das ist hier moon hankim interessante sache auf jeden fall xp kriegen wir auch noch mal auch wild jetzt ab dann kriegen wir die epischen auch noch mal sagt sagt und die skill boost auch noch nicht glaubt dann soll es auch gewesen sein mehr kriege ich da nicht oder ich habe mehr kriege ich nicht mit für den ja ja 2400 punkte ist halt so freundlich noch mal wie für upgrade ist nur noch mal stellen skill boost von davis mavis und das ist gewesen ein freundes gehen sein wir sehen uns natürlich morgen zum video zum retros das event wieder ganz klar ich werde euch natürlich wieder sagen was für die blaze was alles nicht für die blaze seht ihr morgen im video bis deinem freunde haut rein und